Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Mein Name ist BlackRidge und wir sind hier nach wie vor in dem Aufgang, wo wir letztes Mal aufgehört haben, während wir runtergegangen sind. Hier mit den Schwarzmagiern, wie man das gerade sagt, sag ich aber gleich nochmal. Und wir legen auch sofort los. Wie immer mal kurz auf die Uhr gucken, damit wir nicht verpassen, dass wir mal wieder aufhören müssen. Gut, dann legen wir weiter. Schwarzmagier! Verdammt, die sind uns zuvor gekommen. Töten! Uuuuuh, ja da nix. Ein, komm mal, ich. Also, ich mach mal. Jetzt können wir nicht heilen. Bitte nicht aufleben. Wie soll das? Komm schon, mach deine Phönix wieder an. 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 So, Ability benutzen. Achso, den muss ich auch noch ausstatten. Stimmt ja. Ähm, Item, Aether. Potion. Den brauch ich eigentlich nicht. Hab ich ja gerade irgendwie durchgemacht. Dann gehen wir mal weiter. Hunde. Zwei Stück. Wey. Welche Überraschung. Zidane ist bald in Trance. Was? Was? Tiggeroo. Ja, das heilt mich. Das ist natürlich nett. Äh. 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 Steine. Ich darf mal ja auch durchlauben. Ich darf mal ja auch durchlauben. So. So. Dann Levit-Li... Dann Levit-Lili wenigstens. Ein bisschen. So. Dann nutzen wir mal wieder. Ein bisschen Vita. Der braucht nicht. Der, der und der. Und dann nutzen wir auch gleich wieder einen Aether für Lili und Steiner und Dingensen. Bibi. Entschuldigung. Ich hoffe, davon kommen wir nicht mehr allzu viele. Hm. Wo ist bloß dieser Steiner? Alter, Tröte, gefällt es nicht so rum? Tue ich wirklich das Richtige, wenn ich von hier fliehe? Was redest du da, Steiner? Seite an Seite kämpften sie Beatrix, die ihren Eid bricht und sich gegen ihre Königin auflehnte. Und Freya, die Beatrix, trotz ihrer Verbrechen beisteht und für die Prinzessin streitet. Ich kann nicht zulassen, dass Königin Brain den Beinen an ihrer Rage etwas antut. In ihrer Rage. Sieh dann, ich habe eine Bitte an dich. Steiner, was auch immer, ich meine... Fliehe mit der Prinzessin aus Alexandria und bringe sie wohlbehalten zu Professor Toto. Professor Toto weiß sicherlich einen Weg, wie dieses aus den Fugen geraten Alexandria zu retten ist. Alles klar, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde auch mein Bestes geben. Sieh dann, Meister Vivi, ich verlasse mich auf euch. Prinzessin, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Steiner! Alle tun das nur für mich? So ist es, Lily. Für dich, Lily. Für Alexandria. Aber auch für jeden einzelnen von uns Lebenden und kämpfen wir. Und deswegen dürfen wir nicht stehen bleiben. Wenn wir hier krepieren, war alles umsonst. Wir müssen leben. Aber ich... Zum Grübeln fehlt uns jetzt leider ein wenig die Zeit. Wohl warm. Als er gesagt hatte, für dich, Lily. Für Alexandria. Würde ich schon sagen, für die Horde. Aber na gut, jetzt habe ich es doch gemacht. Nee. Ja. Ja. Wenn ich's nicht live, kriegele, muss ich es nicht geben, lerne. Und wenn ich es nicht mail gern habe. Diese Zeit ist einfach. Okay. Ich habe es nicht mehr. Ich habe mir das Angst. Ich habe ihn viele Teile mit mir gemacht. wie der Abfunkte. Na Gesteil. Ich habe es ein Geist. Ich habe es für dich. Es heilt ihn, ich wünsche es gar nie. Wollen wir noch irgendwas tun, oder was? Ah, auch mal nicht, okay. Ah, der ist ja gut. Nichts wie weg hier. Ha! Wie sieht es aus? Werdet ihr mit denen fertig? Sollten ständig welche nachkommen, dann könnte auch ich schnell an meine Grenzen. Wollen wir auch noch gleichzeitig mit denen kämpfen? Das wird hell mal interessanter hier. Alter, was? Wie sollt ihr nicht immer einschläfern? Was ist da los? Hör mal! Hör mal! Verfehlt! Beatrix! Oh je, ich glaube, wir müssen einen auf den hier machen. Dachte ich mir schon fast. Wollt ihr etwa ewig leben? Noch haben wir es nicht überstanden. Beatrix! Freya! Steiner, seid ihr als etwa Hauptmann der Pluto-Truppe? Albert Steiner zur Stelle. Es wäre mir eine Ehre an eurer Seite zu kämpfen, meine Damen. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite, auf unserer Seite. Echt jetzt? Wir haben keinen Mana mehr! Und die ist fast tot, also müssen wir das schnell beenden. Uns bleibt er eigentlich nur hinter Weg hier lang. Verdammt, eine Falle! Und schon wieder in die Falle getappt, sage ich. An diesem Anblick kann ich mich gar nicht satt sehen, sage ich. Ihr zwei niederträchtigen. Haha, sprich dich ruhig aus, sage ich. Ihr kommt hier nie mehr raus, sage ich. Zweimal denselben Trick probieren. Denkt ihr Clowns, damit kommt ihr durch oder was? Sie da, Entschuldigung, schneller ging's nicht. Blank! Blank! Hierher! Nicht so schnell, mein Körper überreicht mir noch nicht so recht. Aber wenn wir nicht hinmachen, geht es Zidane und Lily an den Kragen und so. Wer ist bitte Lily? Die Neue von Zidane oder was? Hoppla, das weißt du ja noch gar nicht, was? Wovon redest du überhaupt? Ich komm nicht ganz mit! Blank! Schneller und so! Jaja, du mich auch! Wie auch immer, ich hörte, dass du in der Klemme sitzt und ich bin so schnell wie möglich aus dem verwunschenen Wald hergeflitzt. Blank, auf dich kann man sich halt verlassen, alter Kumpel. Sieh dann, die Gargantula-Bahn ist gleich um die Ecke und so. Blank! Markus! Ich weiß gar nicht, wie ich euch... Prinzessin, du kannst uns nachher noch ausgiebig danken, aber jetzt flieh erstmal und zwar schnell! Eure Verfolger kommen bestimmt jede Sekunde. Mist! Und wieder stehe ich in deiner Schuld, Blank! Auf geht's! Seid ihr von hier gekommen, Lilly? Hm, was hast du, du Lilly? So eine schlimme Erfahrung war sicherlich hart. Da kommt was! Ist das die Gargantula? Wir sollen da einsteigen? Los, einsteigen! Wir haben keine andere Wahl! Lilly! Aber was, was soll ich denn nur machen? Darüber kannst du dir nachher den Kopf zerbrechen. Du fragst dich wohl, warum sie zurückgeblieben sind? Weil sie es so wollten! Alle miteinander! Außerdem muss nun mal jemand die Rückendeckung übernehmen! Beatrix, Freya, Markus, Blank und sogar Steiner! Sie alle kämpfen, damit wir hier weg können! Also, was ist das wohl, was du jetzt und in diesem Moment machen sollst? Ich bleib hier! Na siehst du! Tschüss! Sag mal, wohin wollen wir eigentlich? Erstmal sollten wir nach Trennung gehen. Dort müssen wir uns dann aber wirklich überlegen, wie es weitergehen soll. Was ist das? Ah, dieses Monster schon wieder? Ist das ein natürlicher Feind der Gargantula? Passt auf! Das sieht gefährlicher aus als das letzte Mal! Ich bin gespannt! Wir werden wohl feinlich jemalig krepieren! Darüber schöner hier das letzte Mal! Wissens, ich bin gespannt! Können wir dann irgendetwas heilen? Jetzt gleich. Äh! Antidote Lilly. Äh, wie meine ich das nicht? Toll. Hm, ich mach mal ein Allbau hier drauf, um mal zu gucken, ob man auch noch was hat. Oder ob die Potion das Einzige waren. Ja, wohl. Ja, aber... Uns alle ist das natürlich alles ein bisschen blöd. Ich heim mal Lilly zuerst, weil die unsere Heilerin ist. Burgerstock. Adaman Western. Dann müssen wir noch ein bisschen klauen. Aha. Ich weiß nicht, wie ich den wieder großkriege, ehrlich gesagt. Das könnte ich mit nem Allheilmittel hinbekommen. Achso. Ja, schlau. Ja, gut. Dann nehmen wir wieder ne Vita. Die Börse steht. Diebstahl fehlgeschlagen. Ich steuige das alles mal ein bisschen, auch wenn wir Zeit haben. Äh... Ja. Hm. Okay. Atras. Okay. Die Zeitenflamme. Bitter auf Sedan. Schwarzmagie... Feuer. Energiestoß... Ah, das war's schon. Puh, geschafft. Oh, wir wirken uns wieder. Aber irgendwie viel langsamer als vorher. Hey, lauf mal völlig schneller. Nun sei doch nicht so grob zu dem armen Tierchen. Schließlich transportiert es uns doch brav. Und das trotz des Schrecks von vorhin. Moment mal. Was denn jetzt? Werden wir wieder schneller? Na, also ein bisschen gut zu reden bewirkt ein Wunder. Nicht ganz, sieh dann. Sieh doch. Verdammt, das Viech jagt uns. Das sieht gar nicht gut aus. Bei diesem Tempo rasen wir nach Antrenner vorbei. Das war gerade Trenner, nicht richtig? Ich glaube, wir sind gerade vorbeigerast. So ein Mist. Und bei dem Affenzahn aussteigen wäre glader Selbstmord. Sieh dann, sieh nur vorne. Was? Hey. Ein Weg. Oh nein. Wir stürzen ab. Festhalten. Bis das der Ausgang. Mutter. Königin Brain. Aus dem Weg, Unwürdige, sag ich. Durchlassen, zack ich. Ich habe Befehle von Königin Brain erhalten, euch zwei nicht durchzulassen. Was ist euer Anliegen? Ich überbringe es. Sprecht. Die erwarteten Gäste sind eingetroffen, sag ich. Sollen wir sie durchlassen, frage ich. Ich werde mich bei ihrer Majestät erkundigen. Rührt euch nicht von der Stelle. Eure Exzellenz. Jawohl. Gewährt ihnen Eintritt, aber ihr braucht nicht wiederzukommen. Was soll das heißen, frage ich. Ihre Majestät ist über den Verlust des Staatsschatzes äußerst erzürnt. Und sie möchte eure beiden Gesichter nie mehr sehen. Und jetzt geht sie holen. Und was jetzt, frage ich? Allein können wir nicht überleben, sag ich. Auf jeden Fall müssen wir schnell die Gäste hereinlassen, sag ich. Ach ja. Was für ein wundervoller Anblick. Ist was? Oh. Mach den Weg frei. Ich bin auf des Gesuchs von Königin Bayern höchstpersönlich hier. Also spiel dich nicht so auf. Ich hoffe, ihr schlagt vor ihrer Majestät einen passenden Ton an. Was soll das heißen? Hast du eigentlich einen Schimmer davon, mit wem du das hier zu tun hast? Ich bin Lani, auch genannt die Venus unter den Jägern. Bis jetzt habe ich noch jedes Opfer erlegt, klar? Den kenne ich noch. Eure Exzellenz, Königin Brain, will ich Ehre von euch persönlich empfangen zu werden. Und es erfreut mich euch bei bester Lau. Nanu, aber was macht ihr denn für ein saures Gesicht? Den Umgang am Hofe musst du wohl erst noch lernen. Wo hast du nur diese Manieren her? Mit Verlaub eurer Exzellenz, ihr habt mich aber sicherlich nicht gerufen, weil ich für meine guten Manieren bekannt bin, oder? Pah. Zwei. Zwei Dinge sollt ihr für mich erledigen. Den Stadtschatz wieder beschaffen, die Prinzessin gar nicht entwendet hat, als sie Reißausnahmen. Und außerdem gibt es unter ihnen einen Schwarzmaiger, so wie den da drüben. Er muss beseitigt werden. Schwarzmaiger? Was soll das heißen? Es sind seelenlose Marionetten. Ich kann nicht zulassen, dass eine Fehlkonstruktion umherwandelt und dann dem Feind in die Hände fällt. Ich weiß zwar nicht, was hier bei den Hofe vorgefallen ist, aber was soll mit Prinzessin Garnt geschehen, falls sie Widerstand leistet eurer Exzellenz? Pah. Nur die Stadtschatz ist wichtig. Die freche Göre genießt keinerlei Priorität. Wenn dem so ist, kann ich endlich wieder meine kleinen Freunde hier sprechen lassen. Ich werde euch den Schatz sicherlich eher bringen, als dieses Muskelpotz da drüben. Auf ein baldiges Wiedersehen, Hoheit. Man sagt, in der Nähe der Prinzessin halte sich ein affenähnlicher Junge auf. Ach, dieser widerliche Affenjunge, wenn du den gleich miterledigst, bekommst du eine Extra-Belohnung. Scheint er ein Volltreffer zu sein. Den werde ich mir zuerst verknüpfen. Deinen Auftrag kannst du also so gut wie erledigt betrachten. Exzellenz, eure Flotte befindet sich bald in Küstennähe. Die Rote Rose steht zum Auslaufen bereit. Endlich ist es soweit. Wir brechen unverzüglich auf. Sinnengebirge. Mutter. Was? Vivi. Dann leben wir also noch? Jupp. Wo sind wir hier? Im Sinnengebirge, in der Nähe vom Schloss Lindblum. Sinnengebirge? Lindblum? Dann ist die Gargantula wohl über unser Ziel hinausgeschossen. Was ist mit Freya, Steiner und Beatrix? Und mit... Sidan? Er ist sich umschauen gegangen. Hey, Lilly auch schon wach? Bist du in Ordnung? Jupp. Ja, aber Sidan, was ist mit den anderen? Tja, das wüsste ich auch gerne. Wir haben ja schließlich eine ganz schöne Strecke ins Brücke legt. Aber Markus und Blank sind ja auch bei Ihnen. Macht Ihnen mal keine Sorgen. Und es geht ja auch bald die Sonne auf. Ich bin mir sicher, dass Ihnen die Flucht längst gelungen ist und Sie in Trenno schon nach uns suchen. Vielleicht können wir uns in Lindblum ein Luftschiff besorgen. Vom Südentor ist es bis nach Trenno nicht mehr weit. Stimmt. Ein Feind? Das hängt von dir ab, mein Sohn. Mein Name ist Ramu. Diesen Name habe ich irgendwo schon mal gehört. In einem alten Schriftstück über die Bestie in unserem Schlossbibliothek ist mir der Name schon einmal begegnet. Ihr seid nicht etwa der Donnergott, Ramu? Ist dir bekannt, dass Clara durch deine Bestie völlig ausgelöscht wurde, mein Kind? Diese Bestie gehorchen dem Willen ihrer Beschwörer. Die dunkle Habgier des Menschen, der sie beschwor, führte zu dieser Tragödie. Aber, oh nein, Mutter, was hast du nur getan? Nein, es war mir nicht bekannt, dass so etwas vorgefallen ist. Und ich konnte nichts dagegen unternehmen. Ich bin völlig machtlos. Es ist nicht deine Schuld, Lilly. Die anderen waren sich dessen auch bewusst. Deswegen sind sie zurückgeblieben. Die anderen. So ist es. Nicht du warst ja das Löser für dieses Unglück. Aber lass mich dir noch eine Frage stellen. Was wirst du als nächstes tun? Hätte ich doch nur mehr Kraft, würde ich doch wenigstens wieder die Macht der Beschwörung erlangen. Ich habe eine Bitte an euch. Leit mir eure Kraft. Willst du den gleichen Fehler noch einmal begehen? Ich fürchtete mich vor der Beschwörungsmagie und den Bestiern. Aber ich werde nicht mehr wegrennen. Nachdem ich meinen alten Herren verlassen hatte, ist viel Zeit vergangen, in der ich nur in dieser Welt umher wanderte. Ob du meine Herren würdig bist, muss ich noch zeigen. Und dafür musst du dich einer Prüfung unterziehen, sodass ich Gewissheit erlange. Fünf meiner selbst werden sich hier in den Gewässern, Felsen und Wäldern verbergen. Sie werden dir Kapitel der Erzählung eines Hellen schildern. Suche die einzelnen Bruststücke und vervollständige sie zu einer Geschichte. Erzählst du mir eine gefällige Geschichte, so werde ich deiner Bitte vielleicht nachkommen. Verzeih, wo wir doch für so etwas eigentlich keine Zeit haben. Ach was, das passt schon. Wir helfen dir, Lilly. Sieh dann, Vivi, ich danke euch. Ein Rätsel, welche spannende Sache. Aber ich würde sagen, wir pausieren an diesen Punkten. Ich kann ja hier unten nochmal schnell speichern gehen, wenn ich dann hier runterkomme. Und ich würde sagen, dann beenden wir diese Folge für heute wieder von Let's Play Final Fantasy IX. Und seht uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy IX, mit dem Rätsel von Ramu. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein und hattet bisher genauso viel Spaß wie ich. Final Fantasy IX macht mir genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Zwischendurch gab es noch mal kleinere Speicherprobleme. Aber ja, das soll ja nicht so das Problem sein, denke ich. Oh, wir müssen zelten, sehe ich gerade. Dann zelten wir noch schnell. Und dann, wie gesagt, sage ich mal schon mal bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Alles Gute und ciao.